Der französische Lautsprecherhersteller Jean-Marie Renault ist eine der alten Traditionsfirmen aus Frankreich, wurde schon 1967 gegründet und heute in zweiter Generation weitergeführt. Was Jean-Marie Renault Lautsprecher auszeichnet, ist der absolute natürliche Ton, der sehr effektfrei spielt. Heute sind ja viele Lautsprecher vom Sound her sehr effektvoll ausgelegt, machen meistens viel zu viele Höhen, legen sehr viel Wert auf Details, aber wenig Wert auf natürlichen Ton. Nicht so Jean-Marie Renault, das ist einer der wenigen Lautsprecherhersteller in unserem HiFi-Studio neben Harbeth oder Living Voice, das ist halt einer der wenigen Hersteller, der es wirklich versteht, noch den natürlichen, ursprünglichen Ton so wiederzugeben, sodass ein Instrument wirklich noch so klingt, wie man es eigentlich aus dem Konzertsaal kennt. Das hat den Vorteil, dass es halt sehr natürlich klingt, sehr stressfrei klingt. Man hat nie irgendwie das Gefühl, dass die Musik irgendwie nervig wird, also man hat halt eben eine unheimliche Langzeittauglichkeit dieser Lautsprecher und wir haben halt ganz bewusst neben Harbeth noch einen Hersteller gesucht, der halt ein bisschen günstiger ist und halt, ich sag mal, unterhalb des Budgets beispielsweise eine HSP3 bleibt, aber halt ähnliche tonale Qualitäten hat und das wird hier mit Jean-Marie Renault absolut erfüllt. Das sind natürlich jetzt nur ein, zwei Modelle aus dem Gesamtprogramm, die die haben, aber ganz speziell finde ich halt eben gerade dieses Einstiegsmodell extrem gut, weil es halt sehr günstig ist und trotzdem wirklich absolut authentisch spielt. Das hier ist jetzt die Blizz Silver, es gibt zwei Varianten, da gibt es einmal noch die Blizz, die etwas anders aufgebaut ist. Bei der Blizz Silver, zeigen wir gleich von hinten, ist das Tief-Mitteltonschassis hier an der Rückwand befestigt. Die Blizz ist da etwas einfacher, aber es sind beides für bezahlbares Geld wirklich absolut fantastische Lautsprecher und wenn Sie viel in klassische Konzerte gehen, diesen natürlichen Ton im Ohr haben und lange auf der Suche sind nach einem Lautsprecher, der das authentisch wiedergibt, dann ist Jean-Marie Renault absolut allererste Wahl und wenn ich ihr Interesse geweckt habe, lade ich Sie gerne zu einem Hörtermin in unser Studio ein. Bis zum nächsten Mal.